Hallo liebe Freunde und Willkommen zu einem neuen Gameplay von World of Warcraft. Heute geht es mal wieder an die vorderste Front und das Wort Wörtlich. Aber das ist jetzt ekelhaft. Und zwar wird heute getankt, wie man unschwer erkennen kann. Der Bär steht bereit. Aber ich dachte schon, weil das hat sich so angefühlt als Legs, aber es geht. So das sind so die Sachen, mit denen ich noch gut klarkomme. So, kommt mal her. Und bis jetzt fasse ich den Hauptschaden genau wie es auch sein soll. Ich überlege gerade, soll ich die Geister machen? Joa, komm. Geht schnell. Geht schnell. Eine händlose Fein soll auch die Eure sein. Hahaha. Keine Ruhe für die wütenden Toten. Für die 없어요. Das ist alles. Ich hoffe, dass er心 bene. Ich hoffe, dass er gut auffangen kann. Ich hoffe, dass er gut auffangen kann. Ja. so die erste der gesalten Kling Rücken hätte ich gebrauchen können Kling schon auch Sonst geht es eigentlich gerade noch relativ zumindest auf den Slots frisch weil ich ehrlich gesagt glaube dass die nicht wissen die zweite von den Teilen ist und ich freue mich nicht, dass der Zweikling wenn ich so, warum bin ich so regelter Ich brauche ein Ziel Uh oh Ich werde keinen Fehler machen Schöööön bei mir bleiben Schöööööö Ich bin dann Nöööö Und ich bin dann Schööööön bei mir Schöööön bei mir auch Ja Schööööö Schööööö Da ist die zweite Klingel. Sorry für den ein oder anderen, dem es auffallen sollte, dass mir gefühlt fast die Augen zu fallen. Das liegt daran, dass ich tatsächlich müde bin. Letzten zwei Tage waren ein bisschen voller als uns. Deswegen freue ich mich auch ehrlich gesagt. Vielleicht auf Bett und auf Schlaf. Aber davor warten Bruder Korloff und Hochinquisitorin Weißsträhne noch auf Rund. Die wollen wir ja nicht warten lassen. Die hätte ich auch nicht mitten wollen. So, mehr als die Devs habe ich nicht. Das heißt, der Heal muss funktionieren. Aber bis jetzt muss man ihm zugutehalten, dass es funktioniert. Oh, genau das wollte ich verhindern. Oh, genau das ist. und alle schön brav zur seite ein stück 35 kriegt da nicht auch was neues nehmen mit 36 die überlebensinstinkt da freue ich mich schon drauf weil diesen echten wichtig ist so weit gekommen nur um hier zu sterben ich werde euch mit einem raschen tod ehren ja da ja 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 Okay. Hier sind keine mehr. Hier sind keine. Hier muss ich nichts zur Seite räumen. Dann kann jetzt der Kommandant kommen. Ich hätte sie ganz gerne schon sehr, sehr früh bei dem anderen. Ruhig auch ein bisschen mehr mittig im Kloster. Ich will gleich beide haben. Steht auf, mein Held. Ich will mal die Baumrinde noch mit. Und das Eisenfell. Also jetzt ist wirklich alles an Top-Dev, was ich gerade habe, raus. Die muss jetzt auch reichen. Und es reicht. Und die Überlebensinstinkte. Sehr geil. Das ist wirklich mal eine gute Nachricht, dass ich die jetzt habe. Weil die werden mir das ein oder andere Mal echt den Arsch retten. Auch den habt ihr auch noch. Sehr gut. Für den brauche ich jetzt keine Instinkte. Aim. Ich mache aber auch noch ganz kurz. Dann mache ich... So, jetzt sind wir fertig. Ja, mal wieder tanken. Druide macht mir immer Spaß. Wie gesagt, wenn mir der ein oder andere im Facecam auffällt, sollte das mir fast die Augen zu fahren. Ja, ich bin müde durch den vorgepackten Tag. Wollte aber trotzdem noch was aufnehmen. Habe es auch tatsächlich geschafft. Ne, ich sitze hier Ende. Ansonsten, wie immer, in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu meinem Community Discord Mad Gaming. Findet ihr auch den Server von mir. Falls ihr mal, auf dem ich spiele, falls ihr mal mit mir spielen wollt, auch noch einen Link, wo ihr mich durch Spenden halt auch so ein bisschen unterstützen könnt. Alles wie immer auf freiwilliger Basis. Und ansonsten war es das für heute. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.